Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr hier seid. Heute möchte ich diese Untersetzer mit euch machen und euch zeigen, wie man die ganz einfach aus Untersetzern macht, die einem nicht gelungen sind. Ich glaube, jeder von uns hat solche Fehlschläge zu Hause, die einfach nicht gut aussehen oder nicht so aussehen, wie man sie sich gewünscht hat. Wie man hier sieht, sind das ein paar hässliche und die möchte ich einfach heute ein bisschen aufhübschen. Ich werde jetzt erstmal anschleifen und beim Schleifen sollte man immer eine Maske anziehen, weil den Staub vom Epoxid will man halt auch nicht in der Lunge haben. Ich raue jetzt nicht die Ecken an, sondern eher die Oberfläche von dem Rohling, weil ich das jetzt dann gleich mit weißer Acrylfarbe grundieren möchte und damit die Farbe ein bisschen was hat, wo sie darauf haften bleiben kann, mache ich das einfach ein bisschen rau mit einer Nagelfeile. Und das ist eine weiche Pfeile, also da ist irgendwie so Schaumgummi oder sowas drunter. Dann komme ich auch in die Ecken, die eine starre Pfeile eben nicht beschleifen würde. Oh mein Gott, wenn ich den Coaster so sehe, der ist so hässlich. Ich freue mich schon darauf, wie der aussieht, wenn er fertig ist. Ich mache das jetzt für alle drei Untersetzer und für den Kleinen dann eben auch, also für dieses kleine Runde teil. Ich mache euch da mal ein bisschen schneller, weil das dauert sonst ewig. Ich nehme jetzt einen kleinen Becher und mache da weiße Acrylfarbe rein. Das ist ganz, ganz günstige Acrylfarbe, einfach weiß. Und damit werde ich jetzt die Coaster bemalen. Auch hier mache ich das wieder ein bisschen schneller. Ich werde das insgesamt dreimal bemalen und dazwischen mit dem Föhn, das einfach trocken föhnen. Am Ende will ich eben einfach einen gleichmäßigen oder mehr oder weniger deckenden Farbauftrag haben. Ich habe mir jetzt hier ein paar Papiere, die ich mal überdruckt habe, mit meiner Jelly Plate rausgesucht und schaue mir die jetzt an und überlege mir, welche von denen ich gerne benutzen möchte. Ihr seht, es sind ganz viele verschiedene. Manche sind schön, manche nicht so schön. Es gibt sogar teilweise welche, die haben von PBO diese Glanzfarbe. Manche sind einfach ganz normale Acrylfarbe. Und ja, diese habe ich irgendwann mal gemacht in Folge eben eines anderen Hobbys, was ich sonst noch habe. Und da ich alles aufhebe, jo, habe ich die halt noch übrig. So, das sind jetzt die paar, die ich mir rausgesucht habe, die mir ganz gut gefallen. Und jetzt versuche ich herauszufinden, wie und wo ich das am besten mache. Dieses Papier gefällt mir supergut und das ist genug für vier Coaster. Deswegen habe ich mir überlegt, da werde ich ein Set draus machen und werde es diesmal nicht benutzen. Weil ich habe nur drei Coaster vorbereitet und das möchte ich dann alles zusammen machen. Das da hat mein Auge gecatcht irgendwie, weil da eben so eine runde Spirale drauf ist. Und das werde ich dann letztendlich auch für den Coaster benutzen. Jetzt nehme ich mir einen Stift und pausse sozusagen die Außenlinien nach und so werde ich das dann auch ausschneiden. Und das mache ich für alle drei. Auch hier wird es ein bisschen schneller, sodass keine Langeweile entsteht. Bis gleich! Ich nehme jetzt meinen Glanzlack oder Gloss Varnish. Das ist ein wasserbasierter Lack und damit werde ich jetzt großzügig die Coaster bestreichen und dann mein Papier da draufkleben. Ich mache das deswegen großzügig, weil ich möchte, dass das Papier sicher auf dem Coaster draufkleben bleibt, damit ich später keine Probleme bekomme, wenn ich das Epoxid da drauf gieße. Jetzt reibe ich das richtig fest und schaue, dass keine Luftblasen drunter sind. Da muss ich nochmal abheben, weil da habe ich gemerkt, dass da gar kein Kleber auf einer Stelle war. Die Ränder gut anstreichen, dass die auch gut halten und jetzt nochmal ein Code oben drauf, einfach damit das Papier sich da vollsackt und dann auch richtig auf dem Coaster draufkleben bleibt. Und auch hier wieder ein bisschen schneller. Das ist überhaupt ein schnelles Video heute, weil das wäre sonst zu lang geworden. So, jetzt habe ich hier ein paar Glitter in verschiedenen Größen, in verschiedenen Farben und überlege mir da, wo ich jetzt was drauf mache. Da habe ich noch so ein paar Herzen. Mit dem Grün habe ich da noch etwas anderes vor. Ja, und ich schaue einfach, welche Farben da gut passen würden. So, jetzt nehme ich wieder mein Gloss-Weinig. Ups, das war ein bisschen wie. Und mische mir da meine goldene Glitter rein und bemale eben meinen Coaster mit dem Papier einfach so. Ich habe die Coaster zwischendrin trocknen lassen. Mal halt meine Linien und was auch immer ich da drauf machen will da drauf. Bis zum nächsten Mal. 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 Blümchen drauf machen. Ich lasse das, wie ihr seht, auch wieder ein bisschen schneller laufen und schaut einfach zu. Hier zeige ich euch noch kurz, wie man mit Herzen Blümchen machen kann, indem man sie einfach mit den Spitzen zueinander legt und fünf sozusagen Blütenblätter macht und dann ist das Blümchen auch schon fertig. Jetzt mache ich noch in Dunkelblau kleinen sechseckigen Glitter, also eigentlich eher großen Glitter, in die Mitte von dem Blümchen, damit es einfach mehr wie eine Blume aussieht. Ich habe mir jetzt ein bisschen Harz angerührt und werde das jetzt auf den Oberflächen von den Coaster verteilen. Ich zeige euch das aber auch nur von dem einen Coaster, weil es ist immer das gleiche. Harz verteilen mit dem kleinen Bunsenbrenner drüber fertig trocknen lassen. So, ich habe noch eine ganze Menge Harz übrig und das verteile ich jetzt auf meinem Topfuntersetzer und lasse es darauf hart werden und das verwende ich dann für meine Mosaikstücke. So und so sehen die Stücke jetzt aus. Es ist nicht perfekt geworden, weil sie teilweise auch ein bisschen gebogen sind und was ich unten drunter mache, weiß ich auch noch nicht. Vielleicht hat jemand von euch eine Idee und lässt einen Kommentar da. Würde ich mich freuen, ob ich das dann umsetzen kann. Werden wir sehen. Das ist der Goldene. Finde ich auch ganz toll geworden. Ich werde wahrscheinlich, wenn ich weiß, was ich mit dem Boden mache, auch noch einen Floodcoat machen auf der Oberseite, damit das einfach ein bisschen schöner ist. Und hier ist mein osterlicher Untersetzer. Leider ist da der Edding, den ich da drauf gemalt habe, verlaufen. Aber ja, nothing is perfect. So, ich habe mich jetzt dazu entschieden, bei dem Grünen noch die Kanten Silber zu malen und das lasse ich dann auch jetzt so sein. Lass das trocknen und dann werden wir sehen, was wir damit machen. Weil da welche ein bisschen gebogen sind, würde ich die trotzdem gerne benutzen und da habe ich mir gedacht, ich nehme so kleine Silikonfüße mit selbstklebenden Patties drauf und wenn man die da drauf klebt, kann man wahrscheinlich das als Untersetzer nicht mehr nehmen, aber so als kleines Schmuckschälchen oder so geht das schon. Wenn euch mein Video gefallen hat und ihr mehr sehen möchtet von mir, würde ich mich freuen, wenn ihr einen Kommentar hinterlasst oder vielleicht sogar ein Abo. Einen Daumen hoch, freut mich natürlich auch. Drückt auf die Glocke, dann werdet ihr benachrichtigt, sobald ein neues Video hochgeladen wird. Ciao, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.